Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video der Noppensteinstube. Ja, ich habe wieder ein bisschen weiter gebaut an meiner Anlage, heute gleich mal das zweite Video hinterher. Auch wenn es wieder nur für euch wahrscheinlich ein kleines Update ist, habe ich wieder recht lange an meiner Brücke rumgetüftelt. Und zwar, ja, was habe ich gemacht? Ich habe... Erstmal alles komplett. Mit diesen Holzmaserungsfliesen versehen, überall die Gitter in die Mitte reingesetzt. Das einmal hier über die gesamte Brücke und wie ihr hier schon sehen könnt, habe ich auch die Mauer einmal komplett hier rüber gezogen. Schon ein bisschen angefangen zu verzieren. Hier ein paar Warnschilder herangebracht für die Schiffe, die einfahren, dass das die tiefen Einfahrten sind und hier die höheren kommen. Genau wie da vorne. Da habe ich das auch angebracht. Leider hatte ich den nur noch in so einem Light Blueish Grey mit Rot, nicht in Weiß. Muss ich mir irgendwann nochmal besorgen. Und diese Schilder hatte ich irgendwie gefunden. Die sind irgendwie 10 mit... Ja, das ist ein Einfahrtsverbotenschild. Ich weiß gar nicht, woher die sind. Fand ich ganz passend. Und habe ich so als Warnung angebracht, dass die Schiffe aufpassen, wenn sie da durchfahren. Die kleinen Boote, dass sie sich nicht das Dach abreißen. Hier habe ich das jetzt ein bisschen verändert mit der Verzierung. Ich finde das eigentlich ganz nett. Mir gefällt das gut. Über also diese 1x1 Round-Teils raufgebaut. Hier hinten bin ich dann auf nochmal glatt übergegangen. Und da hinten fängt es dann mit Schotter an. Also da kommt dann Schotter hin. Da fängt es noch nicht an. Da werde ich Schotter hinbauen. Genau wie halt auf dieser anderen Seite. Hier fange ich jetzt an die Mauer rein zu machen. Dass diese ganzen Schienen nachher auf der Mauer lang laufen. Das habe ich jetzt so ein bisschen vorab gebaut. Wird ein bisschen kniffliger. Und besonders warte ich auf diese Schienen als 9-Volt-Variante. Das sind ja die R56 Radien, wenn ich mich jetzt nicht recht entsinne. Und die kommen irgendwann von diesen komischen Flix-Tricks oder wie die heißen. Da sollen auch R56 Radien kommen. Die haben ja so eine 9-Volt-Schiene auf dem Markt. Da bin ich sehr gespannt. Und sobald die erscheinen, werde ich das Ganze auf 9-Volt umändern. Dadurch brauche ich meine Kupferschienen nicht mehr nutzen. Es spart mir eine Menge Arbeit, dieses Kupfertape aufzubringen. Ist zwar immer noch eine gute Variante, aber trotzdem auch eine Variante, die Zeit kostet, überall das aufzubringen. Da bin ich froh, wenn diese Schienen kommen. Und ich brauche nicht viele von diesen Radien. Da habe ich hier hinten überall ein bisschen was eingebaut. Diese größeren Kurven. Und ich denke mal, zwei Packungen vielleicht. Oder vielleicht sogar eine, muss ich mal schauen. Dann habe ich alle Kurven so, wie ich sie brauche. Das wird dann nicht ganz so teuer. Ich glaube, eine Kurvenpackung mit acht Tracks kostet irgendwie 59 Euro, so in dem Dreh. Könnt ihr bei JB Spielwaren gucken. Die haben die nämlich schon gelistet in R72, glaube ich. Und gerade schienen. So eine doppelte, die nicht 16 lang sind, sondern halt das doppelte 32er Länge, glaube ich. Schlagt mich, wenn ich mich irre. So viel zu meiner Brücke. Ich bin da eigentlich echt jetzt angetan. Auch wenn der Part natürlich hier noch gebaut werden muss. Das wird ähnlich wie drüben. Da fehlen mir momentan nur diese Steine hier. Die muss ich mir jetzt nochmal bei Bluebricks besorgen. Dann werde ich jetzt mal bestellen. Und ja, da brauche ich dann diese runden nach unten gehenden Slopes hier. Die sind mir jetzt leider ausgegangen, weil ich die überall hier auf der Brücke verbaut habe. Aber ansonsten sieht das schon ganz nice aus. Und ich zeige euch jetzt auch mal, wie die Lok die Steigung schafft. Die Steigung habe ich nämlich richtig gut hinbekommen, wie ich finde. Also ich habe jetzt keine Sprünge mehr drin oder irgendwas. Das gefällt mir auch richtig gut. Ich habe die Lok, die hatte ich ja neulich im Video. Das verlinke ich euch mal oben. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Einmal gebaut und review und einmal motorisiert. Und die Motorisierung habe ich nochmal abgeändert. Das zeige ich euch einmal. Und zwar, muss ich einmal kurz hinlegen mit einer Hand. Habe ich das Kabel jetzt vorne den Motor gedreht, damit ich ihn mit einem Rad drehen kann und nicht mit zwei. Da könnt ihr sehen, da ist das Kabel vorne. Kann man es sehen? Ja, ich denke man kann es sehen. Und das Kabel geht jetzt hier vorne rein. Da könnt ihr sehen, habe ich innen drin einen Stein weggenommen. Dann kann man das da ideal unten durchführen. Und dadurch habe ich es jetzt andersrum dran und kann jetzt halt mit einem Rad im Prinzip die Kontakte aufeinander stecken und kann das Ganze durch ein Rad an der Fernbedienung steuern. Funktioniert auch wunderbar. Ich habe schon einen Testlauf gemacht. Da kann man nicht meckern. Ich kann euch das hier noch einmal hier zeigen. Moment, ich muss mal kurz die Kamera ein bisschen doof halten. Genau. Da seht ihr es. Ich habe beide Stecker aufeinander angebaut. Und dadurch kann ich jetzt mit einem Rädchen die Lok steuern. Geht bei der hier wirklich echt gut umzubauen. Da diese, ich weiß nicht, vielleicht wurde das sogar absichtlich gemacht. Dieses Teil hier mal reinkriegen ist echt gut. Manchmal braucht man beide Hände. Ja, vielleicht ist die Lok sogar dafür gedacht, dass man das da vorne so umdrehen kann, weil diese Vorrichtung da offen ist. Also man braucht da wirklich nur ein, zwei kleine Steine umstecken und schon hat man einen Schacht, wo man das Kabel perfekt durchlegen kann. Das geht wirklich ganz easy. Ich habe es jetzt einfach noch mal hier aufgemacht, dann könnt ihr das sehen. Und da unten kommt das Kabel. Wartet mal. Ich gehe mal zum Licht. Da unten kommt das Kabel dann durch. Läuft da unter dieser kleinen Wand hindurch. Wirklich absolut easy. Ich hoffe, man konnte was sehen. Also es ist wirklich super leicht, das Ding da ranzubauen. Ganz, ganz leichter Umbau. War wirklich, ja, in, keine Ahnung, drei Minuten gemacht und dann war das Ding fertig. Kann man auch mit all den Steinen, die zur Verfügung stehen. Braucht man nicht groß irgendwelche extra Steine für. Wir setzen das Ding mal auf die Schiene und schauen uns an, wie das Teil hier drüber rauscht. Gut, dann schauen wir uns das Ganze mal an, wie meine Steigung hier so funktioniert. Ich lasse die mal langsam fahren. Einmal umdrehen das Ganze. Jetzt müssen wir sie mal ganz langsam hochfahren. Da könnt ihr sehen, die fährt wirklich ganz, ganz smooth hier drüber. Absolut keine Probleme. Und auch wenn sie halt schnell fährt, sieht das wirklich mega gut aus. Kann man nicht meckern. Lassen wir sie nochmal von der anderen Richtung fahren. Halt, falsche Richtung. Ja, das ist echt richtig gut. Fährt wunderbar über diese Steigung. Ups, Finger auf der Linse. Ich bin sehr, sehr zufrieden. Schauen wir noch einmal so. Ich hoffe, man konnte es mit der Lightbox jetzt einigermaßen sehen. Ich mache noch einmal einen Kamerawechsel hier auf die Seite. Und dann haben wir, glaube ich, alle Varianten gesehen. Also ich finde es richtig genial. Ich bin jetzt super zufrieden mit meiner Brücke. Bin da wirklich happy mit. Wir holen sie jetzt nochmal zurück hier. Na, andere Richtung. Andere Richtung. Komm schon. Und dann halten wir sie einmal hier an. Und da ist sie. Sieht auch gut aus mit den Häusern im Hintergrund und so. Ich bin da jetzt echt guter Dinge. Und meine Brücke. Ja, also was ihr jetzt noch natürlich ab und zu seht. Es fehlen noch ein paar Verzierungssteine. Mir fehlen stellenweise einer Slopes. Die muss ich mir jetzt auch noch bestellen. Und diese komischen Pyramiden-Teile, die hier als Verzierung dienen, das habe ich noch nicht ganz fertig durchziehen können. Und mir fehlen braune Einer in Rund. Da konnte ich auch noch nicht alles fertig machen. Also Verzierung ist noch nicht fertig. Hier habe ich mal testweise. Schreibt mal rein, wie ihr das findet. Ich glaube, ich werde noch vielleicht das umändern auf Headlight-Steine, dass der Stein ein bisschen weiter drin ist. Da habe ich so ein bisschen grau angebaut, um Farbtupfer reinzubringen. Und das kann ich jetzt noch überall machen. Schreibt mir mal rein, wie ihr das findet. Ich bin ehrlich gesagt noch nicht ganz sicher, ob ich das in Ten mache oder in Dark Lush Grey. Ich habe Dark Lush Grey gewählt, weil Dark Ten kaum aufgefallen ist. Weil ich hier halt auch Dark Lush Grey drin habe. Und da hinten habe ich auch mal einen gesetzt. Nur mal so zwischendurch würde ich dann vielleicht noch an ein, zwei Stellen mehr machen. Ist halt relativ leicht auszutauschen. Das geht doch recht fix. Hier schon mal so ein paar Pflanzen rangebaut. Einfach nur so als Verziehung. Ich möchte natürlich alles gerne in diesem Dark Green haben. Das finde ich sehr, sehr cool. Das sieht dann so ein bisschen alt aus und nicht so leuchtend. Ihr wisst ja, Zombie, Geister, bla bla. Tausendmal erzählt. Das ist schon echt gut. Also ich bin happy. Und ja, bei der Brücke jetzt wirklich auf dem Stand, wo ich sage, da kann ich mit arbeiten, muss das jetzt noch halt hier weiter runterziehen. Dazu dann demnächst mehr. Vielleicht werde ich jetzt erstmal Richtung Friedhof gehen oder auch da hinten mal gucken, ob ich da vielleicht starte bei dem Stadtbereich. Obwohl da brauche ich eigentlich mehr Häuser, um das besser anzuordnen. Und vor allem möchte ich diesen großen Bahnhof haben. Da, wo Hogwarts steht, soll ja eigentlich der große Bahnhof hin in der Art. Und ich brauche jetzt erstmal diesen Bahnhof, um das mit den Schienen irgendwie hinzukriegen. Weil ich da mit zwei Gleisen reinfahren möchte, weil der zwei Eingänge hat. Und da muss ich gucken, wie ich das lege. Also das ist noch so ein bisschen, irgendwo muss ich eine Weiche setzen. Ich habe da nicht viel Platz. Ich muss den Bahnhof haben, um zu gucken, wie es hinhaut. Das wird noch ein bisschen tricky und wird noch ein bisschen Zeit erfordern. Den Bahnhof werde ich definitiv mir nächsten Monat bestellen. Das ist ja ein bisschen teurer, das Ding. Und ja, wird mich für den Monat schröpfen. Und da werde ich nicht viele andere Steine bestellen können. Das Ding kostet 480 Euro, glaube ich. Das wird nicht billig. Ich muss mal gucken, ob ich da einen europäischen Versender finde. Also über europäischen Versand bei AliExpress. Weil wenn da noch Zoll drauf kommen sollte, dann setze ich mich mal ganz kurz auf mein Hinterteil. Muss ich halt noch schauen. Also das ist auf jeden Fall in Planung. Und ich glaube, ich habe jetzt wieder genug geredet. Und nicht, dass ich euch hier langweile. Ja, sagt mal, was ihr vor meiner Brücke haltet. Ein Teil kanntet ihr ja schon. Jetzt war sie zwischenzeitlich wieder abgerissen. Ich fahre noch einmal langsam entlang. Ohne, dass ich hier umfalle. Das ist eine ätzende Höhe. Sonst dem Part noch mal zeigen hier. Ja, andere Seite sieht natürlich gleich aus. Können wir auch noch mal gucken. Da habe ich auch noch, ups, jetzt bin ich hier am Haus hängen geblieben. Da habe ich auch noch so ein paar Steine herangesetzt mit Seiten-Stats, damit ich da auch noch Verzierungen anbringen kann. Das ist jetzt eine Seite, an der ich später arbeiten werde. So viel dazu. Wenn euch das Video gefallen hat, das kleine Update, dann lasst einen Daumen nach oben da. Das würde mich freuen. Tut nicht weh. Abo tut nicht weh. Und vor allem, ja, ein Kommentar. Würde mich sehr freuen, was ihr davon haltet. Hier geht es demnächst weiter, wenn ich dann endlich mal Steine bei Bluebricks bestellen kann. Da bin ich sehr auf den Blauton gespannt. Das wird dann eine Überraschung für mich, was dann da für ein Blauton kommt. Ich hoffe, der, den ich da habe, den bräuchte ich nämlich noch dringend, um da dann an der Seite weitermachen zu können. Ansonsten muss ich hier wieder alles abreißen, um mit dunkleren Steinen nach unten zu arbeiten und oben halt das Helle zu haben. Habe ich keinen Bock drauf, weil dann könnte die Bemalung ein bisschen abgehen. Ich hoffe, dass Bluebricks denselben hellen Ton hat und bei Lego werde ich mir auch noch welche bestellen und gucken, wie die ausfallen farblich. Also das wird nochmal spannend mit dem Wasser hier. Gut, dann sind wir durch. Die Noppensteinstube sagt Tschüss.